Wie die Zeit vergeht Der Künstlername Hubert von Gösern ist praktisch ein Racheakt. Weil ich hab mich nie richtig akzeptiert gehört. Ich weiß nicht, bist du wirklich selber der Meinung, dass das, was du jetzt machst, die zukünftige Volksmusik ist? Und dass die Hupfuhrs bei deiner Schönmusik ist mir auch unergärtig? Ich hupf halt gern. Der Grund, warum ich das mach, das ist, weil ich eine Brücke schlagen will zwischen den Menschen. Das sind alles so Länder, wo man sehr viel in den Zeitungen gelesen hat, dass das jetzt nicht gut sein wird für Europa. Wenn wir auch noch dazu kommen, dann möchte ich mir selber ein Bild machen. Hubert von Gösern Habe ich gestern Abend in eine Klinik nach Frankfurt gebracht. Nach den Laborwerten bedeutet das Auftrittsverbot. Einfach wieder schlendern Einfach wieder schlendern Über Wolken gehen Und im todgesagten Tag Fluss zu verstehen Ein Leben ist Verschwendung Und das finde ich aber positiv Wenn ich mir irgendwas vornehme, dann ist es das, verschwenderisch zu sein mit dem, was ich hab. Hedschäfer hat auch? 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 Hedschäfer, hat auch wieder was, das ist eine Brücke hoch.